Vorsicht! Böse Falle für Rentner. Strafbarkeit durch Falschangaben beim Energiegeld. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe also in den letzten Tagen sehr, sehr viele Videos zum Thema Energiepreispauschale für Rentner ab dem oder zum 1.12.2022 gemacht und jetzt möchte ich noch mal auf folgende Problematik hinweisen, damit auch wirklich jedem klar ist, dass es das Energiegeld zum 1.12.2022 wirklich nur einmal geben kann. Das Energiegeld für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner soll ja zum 1.12.2022 durch die Deutsche Rentenversicherung ausgezahlt werden. Grund zur Freude für Sie und auch für viele andere. Der Gesetzgeber sieht aber ganz klar, die Zahlung der Energiepreispauschale nur einmal für jeden Rentner pro Kopf vor. Auch wenn Sie mehrfach Renten beziehen oder wenn Sie zum Beispiel zum 1.9. ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis neben dem Rentenbezug haben, auch dann haben Sie nur einmal Anspruch auf die Energiepreispauschale. Wer sich durch Falschangaben eine Doppelzahlung der Energiepreispauschale, wie zum Beispiel als Arbeitnehmer zum 1.9.2022 und dann auch noch als Rentner zum 1.12.2022 erschleichen möchte, der macht sich wegen Leistungsbetrug strafbar oder zumindest wegen Versuch strafbar, wenn es eine Versuchsstrafbarkeit geben sollte. Vor allen Dingen dann, wenn es bewusst und mit Vorsatz erfolgt, hier Falschangaben zu machen. Auch vorsätzlich unrichtige Angaben des Arbeitgebers, durch die der Arbeitnehmer oder ein sonstiger dritter nicht gerechtfertigte Energiepreispauschale erhält, sind strafbewehrt nach dem Einkommenssteuergesetz. Leichtfertig unrichtige Angaben können hingegen eine Ordnungswidrigkeit nach sich ziehen, die dann aber mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden kann. Spätestens wenn das Finanzamt erfährt, dass es eine Doppelzahlung gegeben hat, drohen sehr unangenehme Fragen. Daher sollten Sie richtige und wahrheitsgemäße Angaben im Zusammenhang mit der geplanten Auszahlung der 300 Euro Energiepreispauschale durch die Rentenversicherung machen, wenn es entsprechende Erhebungen auch gibt. Oder Sie melden der Deutschen Rentenversicherung schon den Erstbezug der Energiepreispauschale, die Ihr Arbeitgeber Ihnen am 1.09.2022 gezahlt hat. Ich sage, sicher ist sicher. Man muss sich das wirklich nicht antun. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.